Also Heilmittel haben wir auf jeden Fall. Also das habe ich sogar vom Moneymark und ich habe mir das echt zu Herzen genommen und das war Propolis. Das kennen wahrscheinlich viele, aber das muss man sich echt vom Imker besorgen. Pures Propolis und davon nehme ich jeden Tag 15 Tropfen zu mir und es hält mich fit. Es hält mich fit. Und ich habe auch einen Tipp, wenn ihr solo seid und zu Hause alleine wohnt oder auch mit Frau, dann besorgt ihr euch eine Kiste Plastikbesteck und Plastikteller, dann braucht ihr nämlich nicht abwaschen. Das ist der absolute Wahnsinn, einfach nur runterzumillen und weg damit. Ist nicht so umweltschonend, aber spart viel Zeit, spart viel Zeit.